Was war das für eine wunderschöne Musik. Ich feiere diese Musik wirklich ganz besonders. Ich finde sie richtig, richtig schön. Und was das mit dieser Musik so auf sich hat, dazu noch später im Podcast mehr. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, eine neue Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Podcast wäre fast ausgefallen. Ich habe es irgendwie nicht so gefühlt diese Woche, sagen wir es mal so. Ich habe es irgendwie nicht so gefühlt und ich dachte mir wirklich, okay, hey, lass doch einfach mal eine Woche den Podcast ausfallen. Ist ja eigentlich auch kein Problem. Es wird dir niemand wirklich übel nehmen. Aber jetzt so dachte ich mir, ach komm, so eine kurze, knackige Folge, warum nicht? Ich habe diese Woche schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar zum einen im Gaming-Bereich. Ja, da sprechen wir kurz über ein neues Spiel. Und ja, dann habe ich etwas zu SSO zu sagen. Ja, Star Stable Online wird auch mal wieder ein kleines Thema sein. Und ja, diese Woche, was ich ganz viel habe, ist TV, Fernsehen, Filme, Serien. Schon langsam irgendwie füllt sich der ganze Podcast nur mehr mit Fernsehen, Filmen und Serien. Aber ich mache es halt einfach auch gerne. Ich bin halt so ein kleiner Junkie, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt Serien, Filme und so weiter angeht. Und ja, ich möchte das natürlich auch immer irgendwie teilen und mit euch auch teilen. Von daher hoffe ich natürlich, dass das jetzt für euch auch nicht so ein Problem ist. Beziehungsweise, dass ihr es einfach auch ganz spannend findet, so ein bisschen von Sachen zu erfahren, die man selber vielleicht sonst gar nicht so gefunden hätte. Und ja, für den einen oder anderen ist vielleicht wirklich auch manchmal was Interessantes mit dabei. Das war es schon. Ne, das war es noch nicht. Natürlich noch nicht für diese Woche. Aber so von den Themen, von den Inhalten her war es das auch schon mal. Und von daher würde ich jetzt einmal sagen, wir starten den Podcast mit dem Intro. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Haus auf Ader, der Podcast. Wir starten gleich rein ins Gaming. Und da habe ich diese Woche so ganz spontan und eigentlich nicht so wirklich gewohnt, von meiner Seite am Montag ein Video hochgeladen. Und zwar, ja, im Bereich Gaming. Und zwar ein neues Game, was aber schon jetzt auch eine Zeit lang angekündigt wurde. Und zwar, es ist ein Roblox Game und heißt Horse Riding Elite. Und ja, das ist am Sonntag, glaube ich, rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe dann am Sonntag, am Abend noch das Video dazu aufgenommen. Und ja, ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Also Roblox ist ja immer so eine Sache, die einen mögen es, die anderen finden es irgendwie total kacke. So von der Grafik auch her und von dem Stil her. Es gibt ja ganz viele Roblox-Spiele. Grundsätzlich ist das aber schon eine ganz, ganz coole Plattform. Zum einen mal gibt es natürlich echt coole Spiele darauf. Und zum anderen ist es halt so, ja, es ist gratis. Man kann es am PC und am Handy-Tablet spielen. Und die Vielfalt ist einfach unglaublich groß. Und das macht schon Roblox jetzt so als diese Spiele-Plattform schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Mich hat es nie so wirklich getoucht. Also gerade wenn ich so an die Vergangenheit denke, hat mich das nie so gereizt. Ich kannte natürlich Roblox. Vor allen Dingen aber auch wieder so eher von YouTube. Also ich habe da schon sehr viele Videos auch von anderen YouTubern gesehen, von Roblox, von den einzelnen Spielen. Und ich fand es schon irgendwie so interessant zum Zuschauen. Aber so, dass ich selber irgendwie jetzt wirklich einsteige und spiele, ja, das hat mich nie so wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich aber dann geändert vor ein paar Wochen, denn da ist das erste Pferdespiel rausgekommen, das so in meinen Fokus so ein bisschen gekommen ist und was mich schon auch interessiert hat. Und ja, jetzt ist es das zweite Pferdespiel, das eben rausgekommen ist, was auch so in meinen Fokus ist. Es gibt natürlich viele Pferdespiele, ne, auf Roblox. Aber so, was halt jetzt so in meinen Fokus irgendwie gekommen ist und wo ich mir so gedacht habe, so hey, das schaut wirklich sehr, sehr interessant aus. Es ist übrigens von den gleichen Entwicklern oder dem gleichen Entwickler oder Entwicklerin, von der ich auch dieses Pferdespiel vor ein paar Monaten schon gespielt habe. Aber es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, im Video habe ich es auch so genannt, na, es ist so ein bisschen ein Upgrade zu diesem ersten Spiel. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der Aufbau ist so ein bisschen anders und es ist einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es sieht so ein bisschen schöner und so ein bisschen runder einfach aus. Und ich war schon wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe da jetzt auch mal geplant, dass wir da einen Livestream mal dazu machen. Mal schauen, wie ich das so auf die Reihe bekomme. Ich bin ja auch mit dem Livestream so ein bisschen raus. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich glaube, ja, ich glaube im April oder so habe ich den letzten Livestream gemacht. Also es ist schon richtig, richtig lange her. Mal schauen, wie ich da irgendwie wieder reinkomme. Also ich denke, ich wäre da sicherlich ganz schnell wieder drinnen. Aber ich weiß nicht, momentan fehlt mir so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was mir fehlt. Es ist einfach irgendwie so eine kleine Tatsache, dass es einfach momentan jetzt schon längers keinen Livestream mehr gegeben hat. Und ja, mal schauen. Aber das wäre, ist auf alle Fälle mal stets auf meinem Plan, dass wir auch demnächst einmal hier dieses Roblox-Spiel auch in einem Livestream machen. Denn ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Und ja, jeder kann natürlich mit rein. Wir werden das uns dann noch anschauen, so mit den Servern, wie wir das am besten machen. Aber ja, das würde auf alle Fälle mal so auf meinem Plan stehen. Also ich werde es auf alle Fälle nochmal unten in die Shownotes, beziehungsweise in der Infobox reinschreiben und natürlich auch das Video verlinken. Das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen auf YouTube, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Und ja, falls ihr es schon kennt, könnt ihr mir natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr es denn so findet und ob es euch gefällt. Und ob es auch wirklich regelmäßig spielt. SSO, Star Stable Online. Ich habe mich in letzter Zeit wieder so ein bisschen reingelesen in SSO. Ich habe auch relativ viele Videos geschaut. Und vor allen Dingen so ein bisschen kritischere Videos. Ich habe mir das alles so ein bisschen zusammen gesucht und auch so ein bisschen so Hintergrundwissen versucht, mir aufzubauen und wirklich mal so zu schauen, okay, wo liegen denn so ein bisschen die Probleme an Star Stable? Warum ist immer und nach wie vor noch so ein bisschen komische Stimmung irgendwie so in der Community? Ich bezeichne es jetzt mal so. Es ist ein wirkliches Auf und Ab bei SSO. Ich meine, es geht jetzt eh schon sehr, sehr lange, muss man sagen, dieses Auf und Ab. Aber ich habe so in letzter Zeit eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass es ganz viel Neues gibt in SSO. Ich selber muss ehrlicherweise gestehen, war schon relativ lange nicht mehr online. Aber ich bekomme es natürlich trotzdem mit. Und da sehe ich halt, okay, da tut sich einfach viel. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, da geht jetzt momentan wirklich was weiter und es tut sich was. Und es verändert sich natürlich auch einiges. Und von daher war ich dann schon irgendwie so überrascht, dass trotz alledem die Stimmung nicht wirklich besser wird. Und das hat mich so ein bisschen verwundert und deshalb habe ich da eben auch so ein paar Nachforschungen angestellt. Ich kann jetzt auch schon mal so einen klitzekleinen Spoiler irgendwie geben. Es wird bald ein Video dazu geben, wo ich Teil davon bin. Also es wird nicht mein Video sein, aber es wird ein Video geben, wo ich zumindest ein Teil davon bin. Wo es auch so ein bisschen um SSO geht und auch um die Veränderungen und so weiter. Und ja, bin ich auf alle Fälle schon mal gespannt. Das ist noch nicht abgedrehtes Video, aber ich bin auf alle Fälle schon gespannt. Und wenn es dann veröffentlicht wird, dann werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Was jetzt in SSO natürlich auch noch ansteht und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr große Veränderung. Es ist ein kleiner Meilenstein, wahrscheinlich auch so in dieser ganzen SSO-Geschichte, ja, das Charakter-Update kommt. Wir haben ja davon schon sehr viel auch mitbekommen. Ich meine, das hat sich ja wirklich Jahre hingezogen, wo immer wieder davon gesprochen wurde, wo wir auch immer wieder mal so Informationen dazu bekommen haben. Es gab dann ja auch mal einen Test, wo einige eben diese neuen Charakter auch getestet haben, wo es natürlich auch ganz viele Videos dazu gibt. Und ja, jetzt soll es tatsächlich soweit sein. Und die neuen Charakter sollen in ein paar Tagen kommen. Und ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das werden wird. Vor allen Dingen natürlich jetzt auch, ob es das wirklich so reibungslos laufen wird oder ob es ein bisschen Probleme geben wird bei der Veröffentlichung. Und zum anderen halt einfach mal auch, wie es die Community dann wirklich aufnehmen wird. Na, es ist halt... Ich habe für mich ja sozusagen den Charakter ja nie so wirklich als Problem in SSO gesehen. Also für mich hätte der Charakter jetzt so bleiben können, wie er ist. Also wenn der vielleicht sozusagen grafisch einfach so ein bisschen aufgewertet worden wäre, dann wäre ich absolut fein damit gewesen. Also ich hatte jetzt keine große Kritik an dem Charakter an sich. Klar, dass man da so ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheiten vielleicht hätte und man das Ganze auch so ein bisschen inklusiver auch gestalten könnte. Ja, klar, da bin ich absolut dafür. Aber so an sich, also so vom Stil her und so weiter, hat mich der Charakter nicht wirklich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so wie die neuen Charakter jetzt sind und so wie sie natürlich auch ins Spiel reinkommen werden, ist das halt schon eine ordentliche Veränderung. Also das ist schon sehr, sehr anders, wie das jetzt ist. Und ich kann mir jetzt schon mal vorstellen, ja, dass nicht alle davon so begeistert sein werden. Vor allen Dingen auch nicht mit den Problemen und Bugs, die es hundertprozentig geben wird. Also da bin ich eigentlich davon überzeugt. Ja, da wird es wahrscheinlich einige wirkliche schlechte Stimmung wahrscheinlich auch geben und sehr viel Kritik auch geben. Ja, wir werden sehen. Für mich ist das jetzt natürlich auch so ein bisschen ein Anlass. Ich habe mir da wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht. SSO ist natürlich jetzt von meinem Kanal schon eine Zeit lang jetzt wirklich weg. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte wirklich SSO-Video gemacht habe. Also es ist, glaube ich, schon ewig her. Ja, klar, Livestream habe ich natürlich immer wieder mal SSO gemacht, aber jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich habe jetzt halt wirklich so viel hin und her überlegt und habe mir jetzt gedacht, okay, was machst du? Gibst du SSO an sich jetzt einfach auch nochmal eine Chance? Holst du es irgendwie zurück auf den Kanal? Mal in welcher Form auch immer, aber soll man es einfach wieder so ein bisschen in den Fokus holen? Oder soll man es einfach so lassen, wie es ist und einfach so ein bisschen im Hintergrund vielleicht mal ein Livestream und das war's? Und ich habe da wirklich sehr viel hin und her überlegt und dachte mir aber jetzt, okay, vielleicht ist das jetzt auch so, auch für mich so ein kleiner Neustart in SSO eben mit diesem Charakter-Update. Und wenn ich jetzt sage Neustart, nein, 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 ich werde kein neues Profil irgendwie mir erstellen auf SSO. Also auf gar keinen Fall, ich fange auf gar keinen Fall von vorne an. Das wird es definitiv nicht geben. Aber ich dachte mir, okay, jetzt mit dem neuen Charakter-Update, wir könnten doch einfach mal wieder so ein bisschen intensiver uns um SSO kümmern, das eine oder andere Video machen. Und ja, irgendwie hätte ich Bock drauf. Und ich glaube, ihr hättet auch Bock drauf. Und gerade auch in Livestreams und so weiter waren das halt schon auch immer so die erfolgreichsten Livestreams. Ja, von daher würde ich sagen, ich gebe dem Ganzen einfach jetzt mal eine Chance. Das heißt, nächste Woche kommt das Charakter-Update. Ich werde da sicherlich ein paar Tage, vielleicht auch Woche, zwei Wochen so ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt und so die ersten Bug-Fixes auch dann gekommen sind. Und dann denke ich, werden wir so ein bisschen intensiver wieder mit SSO starten. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das so werden wird. Das war's jetzt einmal für den Bereich Gaming. Recht viel mehr habe ich nicht. Das Einzige, was ich noch so eine kleine Anmerkung irgendwie machen möchte, was auch jetzt in den Bereich Gaming eben mit reinfällt, ist Astride. Und ja, da wollte ich einfach nur so ein kleines Update irgendwie geben, dass sich schon etwas tut bei Astride. Es sind jetzt auch schon so, war die ersten Updates mal gekommen, eben, dass wir raus ins Gelände können. Und wir bekommen auch immer wieder diese wöchentlichen Updates. Und es wurde da jetzt auch schon gesagt, dass noch in sehr kurzer Zeit schon das nächste Update kommt. Also, ich habe ganz ein gutes Gefühl, dass es da einfach auch positiv weitergeht und dass sie sich auch wirklich bemühen. Das nur mal so ganz kurz auch irgendwie angemerkt für alle die, die auch so ein bisschen, ja, Interesse einfach auch an Astride haben. Das ist mal so, was ich jetzt so als kleines Update einfach auch mal geben kann. Und damit kommen wir jetzt auch schon, ja, zu Filmserien, TV und die ganzen Streaming-Plattformen. Denn, ja, ich bin momentan wirklich sehr, sehr fleißig und intensiv am Schauen und dadurch natürlich auch das ein oder andere wirklich, ja, wie soll ich sagen, ja, schöne und interessante Filmchen und auch Serie gefunden, das ich natürlich gerne mit euch teilen möchte. Also, allererstes fangen wir mal mit etwas, ja, nicht so Üblichen an. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Menschen auch so gespalten. Die einen finden es richtig toll, die anderen finden es so, äh, brauche ich nicht. Und zwar geht es um Trash-TV wieder mal. Ich habe das schon ein paar Mal so erwähnt, dass ich ja auch selber immer wieder mal so ganz gerne auch Trash-TV schaue und da natürlich auch schon so meine, ja, bevorzugten Formate natürlich auch habe. Und auf diesem Sektor jetzt, also mit Trash-TV, fängt jetzt etwas ganz Neues an. Die erste Staffel von Charming Boys. Ich glaube, es heißt Charming Boys. Ja, es heißt Charming Boys. Es ist so ein bisschen in dieser Familie von Prince Charming, Princess Charming. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, ist ein, ähm, erstes queereres Format gewesen, was jetzt, also bei Prince Charming, glaube ich, gab es jetzt vier Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei Princess Charming, glaube ich, drei Staffeln. Ja, ich glaube, drei Staffeln. Und im Grunde genommen, also für alle die, die das jetzt nicht kennen, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle, ähm, der Bachelor oder die Bachelorette. Und das ist halt sozusagen umgewandelt jetzt, ähm, als queeres Format. Und deshalb eben Prince Charming und äh, Prinzess Charming. Das heißt, ähm, Männer, die, äh, ihren Mann fürs Leben suchen und Frauen, die, die Frau ihres Lebens suchen. Und da, wie gesagt, gab es jetzt eben schon ein paar Staffeln, mehr oder weniger auch erfolgreich. Das Ganze hat sehr, sehr erfolgreich gestartet. Vor einigen Jahren mit der ersten Staffel von Prince Charming. Da gab es auch wirklich einige Auszeichnungen und ist auch wirklich gut angekommen. Jetzt so mit den folgenden Staffeln hat das Ganze schon so ein bisschen abgenommen. Und, äh, das hat jetzt im Endeffekt auch bedeutet, dass, ähm, Prince Charming für dieses Jahr auch ausfällt. Also es wird keine klassische Prince Charming, äh, Staffel geben. Aber es gibt ein neues Format und zwar Charming Boys. Und das ist wiederum so eine Adaption, also eine queere Adaption zu Bachelor in Paradise. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Format kennt. Einfach so mal ganz kurz zusammengefasst. Es sind so alle Menschen, die so in diesen Formaten drinnen waren, aber jetzt sozusagen nicht gewonnen haben. Die können dann sozusagen noch einmal, ähm, daran teilnehmen. Und dann gibt es eben keinen, jetzt, äh, Bachelor oder in unserem Fall jetzt einen Prinzen, der sich jetzt sozusagen jemanden aussucht oder mit jemandem halt versucht zu connecten. Sondern es kommen einfach eine Großteil an Single-Männer, in unserem Fall jetzt, ähm, in dieses Format rein. Und die daten sich sozusagen gegenseitig. Und, äh, jeder versucht halt da sozusagen sein Match zu finden. Geht jetzt in die erste Runde, also jetzt im queeren Format, Bachelor in Paradise. Also das Original jetzt gibt's schon einige Jahre. Aber jetzt in der queeren Adaption ist es eben die erste Staffel. Und die hat jetzt begonnen. Schauen könnt ihr das Ganze auf RTL+. im Stream. Ähm, es gibt, ähm, also ich habe einen Sneak Peek schon vor zwei Wochen, glaube ich, gesehen. Und die erste Folge, also wirklich komplette Folge, ist jetzt seit Donnerstag, glaube ich, online. Äh, von daher könnt ihr da natürlich gerne mal reinschauen. Ich muss sagen, ich hatte, oder ich habe, naja, sagen wir mal lieber, ich hatte nicht so große Erwartungen. Weil ich ja natürlich so dieses ganze schwule Umfeld und so natürlich kenne. Und ich natürlich auch weiß, ähm, wie das Ganze halt immer so abläuft. Das heißt, es gibt immer ganz viel Partys und ganz viel Alkohol. Und wenn dann natürlich so viele schwule Männer, Single-Männer vor allen Dingen noch so auf einem Haufen irgendwie so zusammen sind, dann, äh, wird das immer wieder sehr eskalieren. Ähm, da wird es auch sicherlich sehr viel, ähm, ja, sexuelle Stimmung irgendwie geben. Und es wird sicherlich auch sehr viel heiße Szenen und so weiter geben. Ähm, aber so wirklich was fürs Herz und für die Liebe, ja, da wird es, glaube ich, wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig werden. Im Grunde genommen, ähm, ja, möchte ich mich natürlich einfach unterhalten fühlen. So, denke ich, wie halt alle, die halt auch mal so in Trash-Formate reinschauen. Ähm, da gehört natürlich auch so ein bisschen Drama mit dazu. Und es soll natürlich auch lustig sein und so. Und, ja, ich habe da natürlich jetzt sozusagen die Vorschau gesehen. Ich habe jetzt auch schon die erste Folge natürlich gesehen. Und ich muss sagen, äh, momentan fühle ich mich noch sehr gut unterhalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen Mal kenne ich natürlich jetzt einige oder eigentlich fast alle von diesen Teilnehmern eben aus den Original-Staffeln jetzt Prince Charming. Und, äh, das macht natürlich dann immer Spaß, wenn man diese Menschen dann wieder sieht. Und man natürlich auch schon so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund hat. Und schon weiß, okay, wie die so drauf sind. Und, ja, da weiß man natürlich auch schon so, okay, da werden sicherlich da Zickereien sein. Und da ein paar Zickereien sein. Und, oh, da wird es ein bisschen, ähm, heiße Action sozusagen geben. Und, äh, ja, ich, also, wie gesagt, ich muss sagen, äh, momentan fühle ich mich noch sehr gut unterhalten. Ich freue mich jetzt schon auch auf die zweite Folge. In der ersten Folge ist jetzt noch gar nicht so viel passiert. Die sind halt jetzt hier mal eingezogen. Und, oh, mein Gott, sie sind einfach auf Koh Samui in Thailand. Ich war ja auch schon in Thailand und auch schon auf Koh Samui. Äh, was eine, buh, wahnsinnig tolle Insel ist. Ich habe diesen Urlaub damals mit meinem Ex-Freund dort wirklich sehr genossen. Es war wirklich ein Traumurlaub, muss ich sagen. Und, äh, ja, diese Staffel wird auch dort eben abgedreht. Und, was mir natürlich schon, äh, ja, sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, sie sind eben mal jetzt so alle eingezogen. Oder noch nicht alle, in der Großteil. Ja, die ersten Partys hat es bereits gegeben. Die ersten Alkoholexzesse hat es gegeben. Es wurde schon heftigst, äh, geflirtet und, äh, getratscht und ein bisschen herumgezickt. Aber so ansonsten hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Also, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es werden jetzt dann in der nächsten Folge, und ich glaube sogar noch in der übernächsten Folge, werden noch ein paar neue mit einziehen. Also neue, beziehungsweise alte, bekannte Gesichter, die wir auch schon aus anderen Staffeln schon kennen. Aber es wird noch ein bisschen voller in der Villa. Was natürlich immer cool ist, wenn es noch mehr, äh, Männer dann mit dabei sind. Ja, ist ein, äh, queeres Format. Könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen. Wie gesagt, man kann es auf RTL Plus streamen. Dann möchte ich jetzt auch, ähm, hier mal auflösen zu der Musik, die ihr ganz am Anfang gehört habt. Übrigens habe ich irgendwie ganz vergessen zu sagen, also falls ihr den Podcast auf YouTube hört, dann könnte es sein, dass ihr die Musik nicht gehört habt. Denn, ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich die auf YouTube auch einspielen kann, diese Musik. Oder ob die irgendwie geschützt ist und ich die nicht verwenden darf. Dann könnte es theoretisch sein, dass ihr die Musik nicht gehört habt. Da könnt ihr natürlich gerne mal rüber auf Spotify oder so schauen. Oder auf jede Podcast-App, ähm, auch mal, äh, schauen. Äh, da gibt es nämlich meinen Podcast auch. Und da solltet ihr die Musik am Anfang auf alle Fälle gehört haben. Und, äh, ja, jetzt kommt so ein bisschen die Aufklärung dazu. Denn diese Musik gehört zu einer Serie, die ich, ähm, ja, auch durch Zufall eigentlich entdeckt habe. Ich war gar irgendwie so ganz verwundert, warum sie mir irgendwie angezeigt wurde. Es könnte auch sein, dass wir uns momentan ja im Juni befinden, also im Bright Month. Vielleicht wurde sie mir deshalb angezeigt. Denn sie passt schon auch sehr gut so in diesen Bright Month irgendwie mit rein. Und zwar heißt die Serie Die Ahnungslosen Engel. Ist schon mal so ein Titel, ja, der mich schon so ein bisschen interessiert hat. Und auch, ja, mich so ein bisschen gecatcht hat. Auch das Bild dazu. Also, ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Man sieht auf diesem Thumbnail von der Serie sieht man eben zwei Männer und eine Frau. Die so zu dritt eben zusammenstehen. Und das ist so ein bisschen, es sieht wie ein gemaltes Bild aus. Es ist jetzt kein Foto, sondern ein gemaltes Bild. Und diese Schrift von Die Ahnungslosen Engel ist auch eher so ein bisschen eine alte Schrift. Und ja, ich weiß nicht, mich hat es irgendwie angesprochen. Und ich dachte mir einfach dann so, okay, ja, du schaust einfach mal rein. Und ja, ich kann es wieder mal nur so sagen, wie ich es auch schon letzte Woche bei der Serie Saint X gesagt habe, die mich auch voll und ganz mitgerissen und überzeugt hat. Ja, hat mich diese Serie auch komplett irgendwie hineingerissen und mitgerissen. Es ist auch wieder, ja, so eine spezielle Art von Serie. Also es ist jetzt nicht so, wo sehr viel, sehr schnell irgendwas passiert, sondern es ist auch so ein bisschen eine Serie, die so ein bisschen zurückgenommen irgendwie ist. Und auch wieder so, man hat wieder so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man so einen Roman lesen würde. Das Thema an sich ist sehr, sehr spannend. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der ersten Staffel, aber schon, ich glaube, ich habe noch zwei Folgen oder so. Momentan gibt es auch nur eine Staffel, aber ich war dann schon sehr, sehr überrascht, denn die zweite Staffel, also es wird eine zweite Staffel geben und diese zweite Staffel kommt, glaube ich, in zwei oder drei Wochen raus. Von daher war ich dann schon so, okay, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Denn jetzt die erste Staffel ist aus vom letzten Jahr, also 2022, jetzt heuer kommt die zweite Staffel. Aber ja, manchmal ist es einfach so, das Angebot ist einfach so riesengroß, dass man einfach auch nicht alles schauen kann und man übersieht manchmal dann einfach auch Sachen und irgendwann gibt es dann so die richtige Zeit für die richtige Serie, wo es dann einfach auch passt, wo es einem auffällt und ja, für mich war es jetzt diese Woche eben diese Serie, Ich weiß gar nicht, ob ich so viel spoilern soll, ich glaube nicht. Ich glaube, für alle, die es interessiert und die die Möglichkeit haben, es zu schauen, denn ja, ich habe es noch gar nicht erwähnt, man kann diese Serie auf Disney Plus schauen und ich muss wirklich sagen, also Disney Plus wird immer mehr zu einem meiner liebsten Streaming-Anbieter. Also ich habe jetzt, weil letzte Woche Saint-X, die Serie, die ich auch unglaublich geliebt habe und einfach auch so wahnsinnig toll ist, gibt es ja auch auf Disney Plus und jetzt ist das schon die zweite Serie, die mich echt überzeugt hat und nicht nur, weil es einfach halt so eine gute Serie ist, sondern weil es schon einfach eine spezielle Serie ist und auch diese Serie jetzt, die ahnungslosen Engel, das ist einfach, die ist einfach anders. Der Erzählstil ist anders, es passt natürlich sehr gut in dieses queere Spektrum mit rein. Es geht sehr viel um Liebe, es geht aber auch um Geheimnisse, sehr viele Geheimnisse und es geht aber auch sehr viel um Familie und nicht nur so diese eigene Familie, sondern auch diese Chosen Family, also sozusagen die Familie, die man sich aussucht, also nicht die Familie, in die man hineingeboren wurde, sondern auch so diese Familie, die man sich dann eben über die Jahre irgendwie so selber aussucht und was man auch so als Familie bezeichnet. Ja, sie hat sehr, sehr viel Tiefe, diese Serie. Wahnsinnig tolle Schauspieler, also unglaublich tolle Schauspieler auch. Und ja, mich hat sie absolut überzeugt. Ich freue mich jetzt noch auf die zwei letzten Folgen, die ich jetzt von dieser Staffel habe und dann bin ich schon sehr gespannt, wie es dann in der zweiten Staffel weitergehen wird. Also eine absolute Empfehlung auch meinerseits. Wie gesagt, die Serie heißt Die Ahnungslosen Engel und gibt es auf Disney+. Jetzt ein absolut krasses Gegenteil zu dieser Serie. Eher so eine Serie, die vom Stil her in der Neuzeit einfach spielt, wo sehr viel passiert, sehr viel Special-Effekte und auch eine relativ laute Serie ist, aber die mir trotzdem ganz gut gefallen hat, denn ich bin ja auch so dem Genre, ja, wie soll ich es nennen, so ein bisschen Fantasy, Horror, ja auch nicht ganz abgeneigt. Vor allen Dingen nicht dann, wenn es um Vampire geht, Wehrwölfe. Ja, das sind so, das ist auch so ein Genre, wo wahrscheinlich viele sagen, oh mein Gott, geht gar nicht und die anderen, oh ja, das liebe ich auch sehr und ich gehöre zu ihr, zu der Gruppe, oh ja, liebe ich auch sehr und da kann ich mich auch sehr, sehr gut reinfallen lassen. Ja, und da habe ich jetzt eine neue Serie entdeckt und zwar geht es um die Serie, die ist auch jetzt gar nicht mehr so neu, wenn mich nicht alles täuscht und zwar geht es um die Serie Wolfpack. Anschauen könnt ihr die Serie auf Amazon Prime. Sorry, kleiner Fehler meinerseits, nicht auf Amazon Prime, sondern auf Paramount Plus. Und es ist schon auch eine neue Serie, es ist glaube ich schon auch von 2023, aber jetzt nicht so super, super, super aktuell. Mir ist sie auch mal wieder vorgeschlagen worden und irgendwie, ja, hat es mich natürlich auch gereizt, weil ich ja natürlich auch das Genre ganz toll finde. Und ja, wie gesagt, es ist schon jetzt so wirklich ein krasses Gegenteil zu der Serie, die ich jetzt gerade vorher besprochen habe. Sie ist laut, es gibt sehr viele Effekte, aber sie ist auch schon sehr spannend. Ja, ich meine, jeder kann sich jetzt natürlich auch schon so ein bisschen vorstellen, okay, Wolfpack, also ja, Wolf und dieses ganze Universum, Wolf, Werwolf und so weiter, spielt natürlich da eine ganz, ganz große Rolle. Ich mag die Schauspieler sehr, muss ich sagen, die mitspielen. Und so die Storyline bis jetzt finde ich auch ganz spannend und ja, finde ich einfach ganz cool. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Staffel 1. Ich glaube, ich habe auch noch zwei oder drei Folgen zu schauen. Aber wenn man jetzt natürlich so diese Genre auch ganz toll findet, mal vielleicht so zwischendurch und auch so ein bisschen Fantasy und so ganz toll findet, dann kann man definitiv einmal reinschauen. Ich muss sagen, mir gefällt sie bis jetzt sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, man kann sie schauen auf Amazon Prime. Da muss ich mich einmal ganz kurz aus dem Schnitt melden, denn ja, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn man kann sie zwar über Amazon Prime schauen, aber nicht direkt auf Amazon Prime, sondern auf Paramount Plus. Ja, ich habe Paramount Plus ja als Channel abonniert auf Amazon Prime. Deshalb habe ich das so ein bisschen verwechselt. Aber ja, wie gesagt, man kann es auf Paramount Plus streamen und nicht auf Amazon Prime. Und jetzt weiter mit der Folge. Und mit dieser letzten Empfehlung sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ja, wie gesagt, es hat ja mal kurz so ausgesehen, dass ich diese Woche den Podcast ausfallen lasse. Und ja, dafür sind wir jetzt mit so über 30 Minuten ja eigentlich eh ganz gut dabei. Und ich denke mir, ja, so eine Podcast-Rolle kann auch mal etwas kürzer sein. Ich hoffe, es hat euch natürlich trotzdem gefallen. Und ich hoffe, dass ihr auch von den Serien und Filmen so für euch vielleicht auch etwas mit dabei ist. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder für diese Woche. Und habe mich gefreut, dass ihr reingehört habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, wann immer ihr diesen Podcast hört. Passt ganz gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Ada Priestflower. Ciao, ciao. House of Ada, der Podcast. House of Ada, der Podcast.